Hallo zusammen, ich freue mich sehr auf unsere Veranstaltung. Fortbildung nennt sich das ja am 3. Juni. Thema wird ja Block sein, selbstverständlich. Es wird weniger um die reine Vermittlung einer Technik gehen. Ich glaube, die lässt sich hinlänglich nachlesen bzw. ist euch sicherlich auch schon bekannt. Ich habe überlegt, ich werde so ein wenig die Blockstrategien in den Mittelpunkt stellen, die Entscheidungen, wovon ich die abhängig mache, ob ich blocke, wie ich blocke. Ja, auch ein paar psychologische Aspekte spielen dort vielleicht eine Rolle. Und es geht primär natürlich um den Beachvolleyballblock. Viele Dinge lassen sich aber dann auch transferieren auf die Variante in der Halle. Und auch wenn ich aus dem oberen Leistungsbereich komme und davon meine Erfahrungen spreche, dann kann man ganz viel übertragen auch auf den niedrigeren Leistungsbereich. Ich freue mich sehr auf Trainer, auf Blogspieler und naja gut, Abwehrspieler werden auch geduldet. Also bis dahin, ich freue mich.